Moin Leute und willkommen zum 12. Türchen. Die Heizzeit ist geschafft. Mal schauen, was wir denn heute drin haben. Welches Land? Oh, hat länger. Zwei Sachen. Ah, geil. Kommt aus Polen, so wie ich gerade sehe. Obwohl, einige werden es kennen. Das Heizband und die Uhr. Funkschutter, Schubs. Viele kennen es von damals noch. Aus dem Kiosk noch mal schnell gekauft. Hier die Heizkette. Heizkette ist glaube ich, das andere ist die Armbanduhr. Das sind gleiche Erinnerungen aus den 90ern. Oder wie war es bei euch? Schreibt es gerne in die Kommentare. Dann gebt mir einen Daumen hoch, wie immer. Und abonnieren, teilt das Video, damit ich noch auf die 40 Follower komme. Und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn es der 13. ist. Und nicht Freitag der 13. Haben wir mal Glück. In dem Sinne, noch einen schönen Tag. Ciao. Ciao.